Trotz auch? Da ist ja ordentlich was drin, in dem Milchfolger. Kannst du mir den Haar mit den Arsch ziehen? Versuch's mal! Versuch's! Was? Was ist denn da? Versuch's mir den Haar mit den Arsch! Achso, warte! Warte mal, wie, wie... Wie, wie... Warte, setz dich mal auf den Boden! Wer, jetzt ich? Nein, ähm, Alex! Achso! Oh Gott, der kriegt den Quartier schon! Und dann rutscht so in mich rein! Also, setz dich mal hin! Was? 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 Da hab ich mir schon zu... Moment! Nochmal, Ari, wie's funktioniert das? Hehehe! Nein! Geh zu! Noch zwei? Ja! 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 Bei mir schieb ich, schiebst du mich die hier zu drücken. Ich schiebe mich gerade! Ich schiebe mich gerade! Das ist also auch, ich mach grad gar nichts! Hehehe! Hehehe! Wir fahren nach Elektro. Scheiße. Okay. Okay, das Let's Play wird ganz geil.